...dezember wieder einziehen kann, oder sogar im November irgendwie, glaube ich. Da wird das Universum auf jeden Fall Hallo zu unserem Plan sagen, im Dezember dann runterzufahren. Ja, und das andere Ding ist aber, er wohnt gerade bei so einem, das scheint echt so ein Idiot zu sein, der hat dann nur dieses Kino-Loop von so Filmprojekten kennengelernt. Und da muss immer alles total sauber sein, der ist halt oft weg, aber wenn er zurückkommt, da muss immer alles pico-bell nur sauber sein. Ja. Ich trau mich nie. Ich hab 193. Boah, krass. Ja, erzähl mal heute.